Hallo, wir sind hier in Schöneberg auf dem Kaiser Wilhelmplatz. Die Stimmung ist total gut. Der Wahlkampf macht Mut, weil wir dabei auch immer feststellen, dass immer mehr Leute ihr Misstrauen gegen uns abbauen und uns tatsächlich zuhören. Vielfältige Aktionen, Infostände, Straßenaktionen, Lautsprecherfahrten, der Zuspruch ist nach wie vor extrem positiv. Es ist auffallend, dass wir sehr viel Zuspruch bekommen von den Leuten und auch gerade in Gebieten, wo wir es vorher gar nicht so erwartet hätten. Wir sind sichtbar und das wird unsere Belohnung sein. Das Ergebnis unserer Arbeit wird unsere Belohnung sein. Jetzt sind es noch fünf Tage, dann ist es erstmal geschafft. Wir hoffen natürlich, dass es bis zum Wahlsonntag anhält. Und ein guter Grund, die Linke zu wählen, ist zum Beispiel, dass die Linke sich nicht korrumpieren lässt und keine Unternehmensspenden annimmt und dadurch auch unabhängig ist. 100% Sozial muss für alle Menschen in Deutschland, in Berlin gelten. Das heißt auch für alle Menschen nicht deutscher Herkunft. Und deswegen sagen wir, die Linke wählen.